Ja, ich bin der Hans, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Dortmund. Seit letztes Jahr März bin ich hier mit Mivita zugange. Davor habe ich den Direktvertrieb immer mal bei anderen Firmen kennengelernt und habe da schon ein bisschen was gemacht und getan. Und ich werde den Vertrieb oder ich habe Lust, den Vertrieb hier bei Mivita im Online-Marketing anzugehen. Das bedeutet, meine Schiene ist halt Social Media und Online-Werbung und da einen Verkaufsprozess aufsetzen. Und ja, da bin ich jetzt dabei, das alles durchzuplanen und Schritt für Schritt umzusetzen. Und meine Produkterfahrung in dem letzten Jahr von Mivita ist einfach durch und durchweg positiv. Ich habe das Glück, sage ich mal, ich verkaufe sehr viel auf meiner jetzigen Arbeit. Da bin ich Anlagenbediener bei einer Automobilfirma und da sind sehr viele Personen, die die Produkte gerne austesten. Und ich habe wirklich enorm hohe Wiederkaufsraten. Ich glaube, die beste Person bei mir hat jetzt letzte Woche das 13. Mal gekauft. Und das Beste, was ich jetzt gestern erlebt habe, das war eine Person, die hat den Aloe-Vera-Saft vor zwei Wochen gekauft und kam heute auf mich zu und sagte, sie möchte jetzt nochmal drei Flaschen nachbestellen, weil sie hat, ich werde da noch ein bisschen weiter darauf eingehen und dann irgendwann auch ein Testimonial schicken, sie hat, was hat sie mir erzählt, ihr fehlt eine Magenklappe oder eine Darmklappe. Und das bedeutet, wenn sie was isst, gehen die Dämpfe, die Gase direkt in ihren Körper rein. Und dadurch hat sie immer sehr krass starke Schmerzen, wenn sie nur ein Happen isst. Und sie sagte, seitdem sie seit zwei Wochen diesen Aloe-Vera-Saft isst, hat sie weniger Schmerzen. Also sie ist positiv, dass sie da die Schmerzen, dass der Saft die Schmerzen lindert. Und ja, da werde ich auf jeden Fall nochmal ein Testimonial raushauen. Und ja, das sind bis jetzt so meine Pläne, meine Sachen, ja. Sehr gut. Wie hast du deine Kunden gewonnen auf der Arbeit? Wir haben noch dreieinhalb Minuten. Ja, das ist so, also schon wie Antonia sagte, viele Leute reden über ihre Probleme. Ich höre einfach zu und am Ende der Probleme, wenn ich dann was habe, wenn ich dann was weiß, ich habe was, was da helfen könnte, biete ich es denen an. Und dann haben sie immer gesagt, klar, probieren wir aus. Und nach dem einmal ausprobieren, haben sie direkt wieder nach ein paar Monaten immer wieder gesagt, ich möchte ein neues haben. Gut. Manchmal kann es wirklich so einfach sein. Vielen Dank erstmal für die Vorstellung und für diese bildhafte Positionierung der Produkte im Hintergrund. Beispielhaft. Das Leinöl bitte in den Kühlschrank, ja. Das ist leer. Noch besser. Wunderbar.